Fifine hat mit dem M6-USB-C-Mikrofon ein interessantes Mikrofon auf den Markt gebracht. Es ist nämlich nicht nur ein USB-C-Mikrofon, es ist ein Funk-Mikrofon. Was das Mikrofon kostet und für welchen Einsatz es sich meiner Meinung nach lohnt, das erfahrt ihr nach dem Intro. Wenn ein Hersteller heute ein Lavalier-Mikrofon auf den Markt bringt, dann muss er sich schon ganz genau überlegen, was er da tut. Wenn man auf Amazon schaut, findet man massenweise Angebote und jedes neue Mikrofon führt wahrscheinlich eher zum Preiskampf, als dass hier wirklich Gewinn gemacht werden kann. Das hat sich wohl auch der Mikrofonhersteller Fifine gedacht und ist mit einem etwas besonderen Stück dahergekommen, nämlich einem Funk-Mikrofon, das ich per USB-C an ein Smartphone oder einen PC anschließen kann. Kurz gesagt, das USB-Teil, das ich an PC oder Smartphone anschließe, ist eine eigene Soundkarte. Das ist ein großer Vorteil, denn damit habe ich viele Störquellen, die ich bei schlechtem Ton oft habe, schon mal eliminiert, wenn eine vernünftige USB-Soundkarte schon im Lieferumfang enthalten ist. Ich kann das Mikrofon also direkt per USB-C anschließen oder auch mit einem normalen USB-Adapter. So nehme ich hier übrigens gerade auf. Ihr hört mich auch die ganze Zeit mit dem Mikrofon. Das Mikrofon ist sehr leicht, also das Teil, das ich dann anstecke und hier wurden auch sehr viele sinnvolle Entscheidungen beim Produktdesign getroffen. Die Klammer, mit der ich das Mikrofon befestigen kann, die kann ich komplett um 360 Grad drehen. Ich finde also immer eine Möglichkeit, das Teil gut zu befestigen, egal was ich anhabe. Auch eine sehr sinnvolle Designentscheidung war, dass das Funk-Netzteil, oder heißt das so, also Funkteil, das ich am PC oder Smartphone anschließen kann, noch einen USB-C-Stecker hat und hier habe ich zwei Möglichkeiten, was anzuschließen. Zum einen kann ich einfach ein Ladekabel anschließen und während ich das Mikrofon benutze, kann trotzdem mein Smartphone geladen werden. Eine andere Möglichkeit ist das Abhören über einen USB-C-Kopfhörer. Hier gibt es ja auch so USB-C auf Klinkeradapter, auch die können verwendet werden. Darüber hinaus wäre auch beides gleichzeitig möglich mit dem richtigen Adapter. Der ist leider nicht im Lieferumfang enthalten. Jetzt ist die große Frage, für wen lohnt sich dieses Ansteckmikrofon? Für einen professionellen Einsatz ist das Ganze nicht geeignet. Damit ihr mal eine kleine Referenz habt, würde ich jetzt mal meinen Endline ModMic zum Einsatz bringen. Jetzt hört ihr mich mit dem ModMic Wireless sprechen. Auch das ist ein kabelloses Mikrofon. Allerdings hinkt der Vergleich natürlich, da das eine ganz andere Preisklasse ist als das Fifine M6 und auch die Positionierung zum Sprecher bei diesem Headset-Mikrofon optimaler ist als die bei dem Ansteck-Mikrofon. Trotzdem sollte das jetzt einfach mal ein Vergleich sein. Habt ihr keinen Unterschied gehört, liegt das wahrscheinlich daran, dass ihr gerade keine Kopfhörer auf hattet, also holt das eventuell einfach mal nach und hört die Stelle noch einmal. Jetzt habt ihr das ModMic gehört und da hat man schon einen Qualitätsunterschied eben zu diesem Mikrofon feststellen können. Natürlich ist das Ansteckmikrofon besser als viele interne Mikrofone, allein schon wegen der Entfernung zum Sprecher. Der Preis spricht natürlich auch für das Fifine M6. Ich weiß gar nicht, bei Amazon habe ich es noch nicht gesehen. Aus China gibt es das für unter 30 Euro. Mein Tipp, wie setze ich es richtig ein? Also ich würde das einsetzen für Videokonferenzen. Das zählt jetzt für mich noch nicht so richtig unter dem professionellen Einsatz. Aber man kann eben kabellos vor seinem Gerät sitzen, vielleicht auch mal was zeigen, gerade wenn man aufstehen rumlaufen muss, auf dem Flipchart irgendwas zeichnet und das per Kamera aufgenommen wird, dann macht natürlich ein kabelloses Setup absolut Sinn und dann bin ich hier eben günstig mit dabei. Das Funksignal hat bei meinen Räumen auch völlig ausgereicht. Also ich habe es bisher nicht geschafft, dass es, wenn ich mich in einem Raum befunden habe mit dem Empfänger, dass ich hier einen Abbruch oder ähnliches hatte. Das Koppeln ist auch völlig problemlos, denn das ist vorgekoppelt. Man macht es einfach nur an und man hat sogar eine Mute-Taste. Das Problem bei der Mute-Taste ist allerdings, dass ich ja nicht mich selbst sehe und am Empfängerteil, das ich ja sehen würde, wahrscheinlich, wenn ich zum Beispiel mit dem Smartphone filme, dort habe ich keine Indikation, ob jetzt Mute gerade an oder aus ist. Das macht zum Beispiel das ModMic auch besser. Hier kann ich am USB-Empfänger sehen, ob gerade Mute eingeschaltet ist. Die Tonqualität konntet ihr die ganze Zeit selbst beurteilen. Die ist völlig akzeptabel, aber natürlich jetzt auch kein Hochgenuss, hat man ja im Vergleich zum ModMic gesehen. Ich danke dir fürs Zuschauen. Wenn dich das Mikrofon interessiert, freue ich mich natürlich, wenn du meinen Affiliate-Link aus der Videobeschreibung benutzt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020